Studien sind ein Qualitätsmerkmal und Studien ist immer eine Chance mehr. Und deswegen haben wir gemeinsam dieses Studienportal für Deutschland implementiert, wo wir Sie als Patientin, aber auch als Angehörige über die laufenden Projekte informieren wollen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Dr. Harter von Anfang an dieses Konzept unterstützt. Und warum ist das denn so wichtig, dass wir Patienten in diesen Studien einbinden? Also ich denke mal, das sind mehrere Aspekte ganz wichtig. Zum einen haben dadurch unsere Patienten auch die Möglichkeit, sich wirklich darüber auch unabhängig zu informieren, welche Studienmöglichkeit habe ich denn überhaupt in Deutschland. Wo finde ich das denn so, was ich sagen kann, ich gehe auf eine Seite und da weiß ich ganz genau, welche Studiendesigns sind denn überhaupt für mich passend. Zum Zweiten ist es so, ohne Forschung kein Forschschritt. Und wir können mittlerweile auch sehr, sehr viele wirklich interessante neue Konzepte, neue Behandlungsmöglichkeiten innerhalb von Studien anbieten. Und selbst wenn eine Patientin im Rahmen einer Studie vielleicht nicht das neue Medikament kriegt, sondern nur im Standardabend ist, hat sie da aber zumindest immer noch den bestverfügbaren Standard, den wir bieten können. Die bestverfügbare Überwachung, sowohl was Sicherheit als auch Tumorkontrolle angeht. Das heißt eigentlich hier wirklich nur Vorteile durch eine Studienteilnahme. Und wir haben innerhalb von AGO und Novo 100 Kliniken in Deutschland, die Studien anbieten und hoffen, dass da auf jeden Fall für Sie alle was dabei ist. Vielen Dank.